Konnichiwa! Du möchtest gerne alle JLPT N5 Kanjis lernen, weil du gerade mit Japanisch denn angefangen hast, weil du an dem Punkt bist, jetzt geht's los mit den Kanjis und willst dich so an die ersten wichtigsten herantasten. Dann habe ich für dich was Optimales im Gepäck. Letztes Jahr habe ich nämlich eine Playlist gemacht zu dem Thema Kanji des Tages. In dem habe ich jeden Tag in maximal 60 Sekunden ein Kanji aus dem N5, JLPT N5 genommen und erklärt, beziehungsweise eine Merkhilfe, eine Geschichte mit dir zusammen entwickelt und im zweiten Teil sogar noch auf häufige Aussprachen und Vokabeln in verschiedenen Wörtern eingegangen, die man so auch im Alltag nutzen würde. Das heißt, du kannst in 60 Sekunden ein neues Kanji lernen plus zusätzlich die Aussprache und noch ein paar alltagshilfreiche Vokabeln. Also schau doch mal gerne in die Kanjis des Tages ein. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Bis dahin. Mattane!